Lebensmittemotten sind super schwer wegzubekommen und bevor ihr dazu irgendwelchen giftigen Sprays greift, habe ich hier eine super Lösung für euch. Was ihr hier in diesem kleinen Kärtchen seht, sind tatsächlich, ihr glaubt es mir nicht, Eier. Und zwar Eier von sogenannten Schlupfwespen. Diese Schlupfwespen sind eine komplett ungiftige, ungefährliche und biologische Art, diese Lebensmittemotten zu bekämpfen. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt erstmal, ich will nicht noch mehr Insekten bei mir zu Hause haben. Das Besondere ist aber, dass diese Schlupfwespen komplett unsichtbar sind und sobald sie die Lebensmittemottener Eier bekämpft haben, ganz von alleine verschwinden und einfach zu Staubs verfallen. Am Ende des Tages habt ihr also weder irgendwelche Lebensmittemotten noch Schlupfwespen zu Hause. Ihr könnt diese Kärtchen wirklich überall platzieren, am besten macht ihr es natürlich an den Stellen, wo die Lebensmittemotten aufgetreten sind, wie ich jetzt hier zum Beispiel zwischen den Nüssen oder bei uns in der Speisekammer. Ihr bekommt die Schlupfwespen übrigens unter futura-shop.de